Musik 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 Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nachdem wir die Erweiterung des Reiches durch das langobardische Königtum und das Herzogtum Bayern beobachtet hatten, kommen wir heute zum zweiten Teil der Expansionspolitik, Sachsen und Erwaren. Hier hatte es Karl mit heidnischen Gegnern an den Grenzen des Reiches zu tun. Bei den Motiven mischen sich also Expansion und Missionsgedanke. Den Sachsenkrieg begann Karl früh, schon ein Jahr nach dem Beginn der Alleinherrschaft 772, noch während Karl die Eroberung des Langobardenreiches vorbereitete, begann er den Sachsenkrieg. Sein Biograf Einhard schrieb, dass es unter den vielen Kriegen Karls der härteste und der längste war. 30 Jahre sollte er dauern. Geerbt hatte Karl die Auseinandersetzung von seinen Vorfahren. Seit 718 hatte es immer wieder Züge gegen die Sachsen gegeben. Einzelne Stämme wurden tributpflichtig gemacht. Für die Stabilität des Reiches war der Sachsenkrieg von entscheidender Bedeutung. Denn die Entfernung zu wichtigen Zentren des Reiches, wie Köln, waren gering. Vermutlich verdankt Aachen sogar den Sachsenkriegen seine Gründung als zunächst militärischer Stützpunkt. Vor allem die fehlende innere Organisation der Sachsen machte es schwer, den Gegner zu fassen. Ähnlich den Franken in deren Frühgeschichte bildeten die Sachsen nur einen losen Stammesschwarm aus zahlreichen weitgehend autonomen Einzelverbänden. Es gab also, anders als bei den Langobarden und Bayern, keine Zentren, keine Strukturen und keine Führungselite, die sich angreifen ließen. Die Einzelaktionen der ersten Jahre brachten nichts. Bei einem Stamm unterworfen mussten sich die anderen keineswegs an Eide und Tripude gebunden fühlen. Aus fränkischer Perspektive musste dies so aussehen, dass nach jedem Erfolg sofort neue Aufstände folgten. Die Sachsen hatten dabei schnell den Ruf, prinzipiell halsstarrig, eidbrüchig und treulos zu sein. Das verschärfte den Konflikt und führte zu Gewaltexzessen. Analysiert man die Jahreseinträge der Reichsanalen, versuchte es Karl mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Einzelaktionen, Symbolpolitik, etwa die Zerstörung des sächsischen Hauptheiligtums, der Irmensuhl auf der Erresburg, der Bildung von Brückenköpfen und befestigten Plätzen. Kaum etwas half. Verträge, Eide, Geiselstellungen, nichts war von Dauer. Die Annalen lassen zwar kaum erkennen, dass neben militärischen Aktionen auch immer Mission betrieben wurde. Karl muss aber von vornherein klar gewesen sein, dass nur das einigende Band des Christentums zu einer dauerhaften Integration Sachsens führen konnte. Massentaufen, meist unter Zwang, standen am Anfang. Mit welcher Radikalität das Christentum verbreitet wurde, sieht man an der Capitulatio de Partibus Saxonie, einem Gesetz, das wahrscheinlich 782 bei einer Reichsversammlung an den Lippequellen erlassen wurde. Es umfasst 34 Kapitel, davon enden elf mit den Worten Morte, Moritur, er soll sterben. Mit der Todesstrafe wurde belegt, wer eine Kirche beraubte. Wer die Fastenzeit nicht einhielt. Wer seine Toten nach heidnischem Brauch bestattete. Wer gegen Christen konspirierte. Für die Sachsen sollte es nur eine Wahl geben, Taufe oder Tod. Alle Stammesversammlungen wurden verboten, außer jenen im Auftrag Karls. Trotzdem war den Sachsensohn nicht beizukommen. Ständig brachen neue Aufstände los. Selbst Strafaktionen wie das berüchtigte Blutbad von Werden, bei dem aus Rache für einen Angriff auf eine fränkische Heeresabteilung angeblich 4500 Sachsen hingerichtet wurden, blieben ohne Wirkung. Die moderne Forschung bestreitet allerdings zunehmend die hohe Zahl der Getöteten ebenso wie angeblich flächendeckende Massendeportationen. Einen Teilerfolg stellte die Taufe Widukins dar, eines sächsischen Adeligen, der jahrelang den Widerstand koordiniert hatte. Für diesen öffentlichkeitswirksamen Akt hatte sich Karl zu erstaunlichen Zugeständnissen bereitgefunden. Es hatten Verhandlungen stattgefunden. Freies Geleit wurde zugesagt. Karl stellte den Sachsen sogar Geiseln. Widukins Taufe in Athenie 785 sollte als ein freiwilliger Übertritt zum Christentum inszeniert werden, in der Hoffnung, dass der Rest der Sachsen folgen werde. Und da waren nun ganz Sachsen unterworfen, triumphierten die Reichsanalen. Sie irrten. Erst gegen Ende des 8. Jahrhunderts wurde es ruhiger, kleinere Aufstände hielten aber noch bis in die letzten Jahre Karls an. 797 konnte Karl in Aachen schließlich ein neues Gesetz über die Sachsen erlassen, das Kapitulare Saxonicum. In ihm lassen sich die Fortschritte der Integration erkennen und eine Abkehr von den Zwangsmaßnahmen. Sachsen steht unter fränkischer Herrschaft, aber auch Sachsen können königliche Amtleute werden, sofern sie sich loyal verhalten. In allen Rechtsangelegenheiten wurden die Sachsen nun den anderen Völkern des Reiches sogar gleichgestellt. Und 802 erhielten sie auch ihr eigenes Stammesrecht. Das erfolgreiche Mittel zur Integration Sachsens war letztlich auch nicht das Schwert und nicht die Zwangstaufe. Es war eine Missionsanstrengung, die mehr wollte als nur unfreiwillige Bekenntnischristen. Die Gelehrten in der Umgebung Karls hatten immer wieder vor der brutalen Durchsetzung des Glaubens abgeraten. Vor allem Alkuin appellierte häufig an die Milde, zu der ein christlicher König verpflichtet sei. Er warnte sogar davor, den Kirchenbau mit dem Zehnt zu finanzieren. Das würde die Sachsen nur gegen die Kirche einnehmen. Zur Absicherung der Mission wurde Sachsen mit kirchlichen Strukturen durchzogen. Das Bistum Bremen wurde durch einen angelsächsischen Missionar gegründet, Münster durch einen in York ausgebildeten Friesen. Die Missionslasten wurden strategisch verteilt. Das 799 gegründete Bistum Paderborn wurde von Würzburg unterstützt. Die beiden ersten Paderborner Bischöfe waren sogar bereits Sachsen, die als Geiseln in Würzburg erzogen und ausgebildet worden waren. Auch Fulda leistete Hilfe und Hersfeld wurde mit Schenkungen zum strategischen Stützpunkt ausgebaut. Ein Jahr später wurde Werden gegründet. Die ersten Bischöfe waren zugleich Äbte, der Klöster Neustadt und Amorbach im Odenwald. Etwas später kam noch das Bistum Halberstadt hinzu. Mit Kölner Unterstützung wurde um 780 zuerst Osnabrück gegründet, um 800 schließlich Hildesheim. Dazu kamen noch zahlreiche Klostergründungen wie Herford oder Korbei. Um 800 war das meiste geschafft. Sachsen war durchgehend christianisiert und in die Episkopatstruktur einbezogen. Klöster sorgten für den Unterbau, produzierten Handschriften und bildeten Kleriker aus. Das Missionswerk schritt voran und mit ihm die friedliche Integration Sachsens ins Reich. Karl hatte seine Herrschaft in 30-jährigem zähem Kampf auch im Osten des Reiches erweitert. Einige Stämme jenseits der Elbe wurden tributpflichtig gemacht. Der Preis für die Integration Sachsens war aber hoch. Für die Grundausstattung jedes Klosters, jedes Bistums und der zahlreichen Taufkirchen wurden liturgische Handschriften gebraucht, von denen jede einzelne Monate an Arbeit verschlang. Und auch gut ausgebildete Kleriker standen nicht unbegrenzt zur Verfügung. So beanspruchte die Mission nahezu alle freien Ressourcen. Die Folge war unter anderem ein schlechter Ausbildungsstand der Priester. Dass man sich immerhin bemühte, den Sachsen wenigstens die elementarsten Glaubensangelegenheiten auch in ihrer eigenen Sprache nahezubringen, zeigt das Altsächsische Taufgelöbnis. Wir finden den Text in einer Ende des 8. Jahrhunderts in Fulda für die Sachsenmission geschriebenen Handschrift. Krieg führte Karl auch im Donauraum. Dort gefährdeten die Awaren die Grenzen. Tassilo hatte schon Vorarbeit geleistet. Spätestens nach der Einverleibung Bayerns waren die Awaren auch ein Problem des Gesamtreiches. 791 schlug ein Feldzug noch fehl. Karl hatte ihn persönlich angeführt. Der nächste Anlauf 795-796 war dann deutlich besser vorbereitet. Markgraf Erich von Friaul und Karls Sohn Pippin, inzwischen Unterkönig von Italien, wurden mit der Leitung beauftragt. Vermutlich zur Erleichterung des Nachschubs über die Flüsse nahm Karl sogar ein gewaltiges Kanalbauprojekt in Angriff. Er stellte die kürzeste Verbindung zwischen den Zuflüssen des Rheins und der Donau her. Die Reste sind heute noch eindrucksvoll. Der zweite Awarenfeldzug war von Erfolg gekrönt. Pippin fiel der gewaltige Awarenschatz in die Hände. Ein guter Teil der Aufbauarbeit in der Mission, aber auch die Schaffung von Loyalitäten durch kostbare Schenkungen dürfte aus der Awarenbeute finanziert worden sein. Damit hatte Karl auch im Südosten weitere Zugewinne und Sicherheitszonen zu verzeichnen. Sie wurden in Marken organisiert. Die Mission wurde vorwiegend von Salzburg aus koordiniert. Seine Herrschaft hatte in 30 Jahren gewaltig an Dimensionen zugelegt. Zuletzt noch ein kleiner Tipp für weitere selbstständige Recherchen. Blicken Sie öfter einmal in die Handschriften der Karolinger Zeit. Nirgendwo lernt man so viel und kommt der Vergangenheit so nahe, wie in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit den Quellen. Und zwar möglichst im Original. Die erhält man natürlich nur vor Ort in den in ganz Europa verteilten Handschriftensammlungen. Und auch dort werden nur den wenigen mit nachweisbarem Forschungsinteresse die inzwischen 1200 Jahre alten Kodizes im Original vorgelegt. Glücklicherweise hat inzwischen die Digitalisierung große Fortschritte gemacht, sodass viele Handschriften aus der Zeit Karls in vorzüglicher Qualität auch online studiert werden können. Fast alle großen Sammlungen stellen inzwischen Digitalisate zur Verfügung. Nur ein Beispiel, die Universitätsbibliothek Heidelberg. Sie unterhält eine ganze Reihe digitaler Angebote. Uns interessieren die Handschriften, und zwar die der Palatina, der Bibliothek der Pfalzgrafen am Rhein, in der viele der weitaus älteren Klosterbibliotheken aufgegangen sind. Hier gibt es zwei Hauptabteilungen, die Kodizes Palatini Germanici, die deutschsprachigen Handschriften. Sie liegen in Heidelberg, wieder in Heidelberg, denn im Dreißigjährigen Krieg, dem der Neuzeit, nicht den Dreißigjährigen Sachsenkriegen Karls, wurde die komplette Bibliothek nach Rom verbracht. Die deutschen Handschriften kamen nach Heidelberg zurück. Die lateinischen befinden sich heute noch in der Bibliotheka Apostolica Vaticana als eigener Fonds der Palatini Latini. Unter den Germanici können Sie so berühmte Handschriften wie den Kodex Manesse oder den Heidelberger Sachsenspiegel betrachten. Für die Karolinger Zeit sind die lateinischen einschlägig. Und hier kommen wir leicht zu jenem Kodex der Vatikaner, der das altsächsische Taufgelöbnis enthält. Inhaltsüberblick, Seitenübersicht und Einzelseiten. Warum stöbern Sie ein wenig herum? Oder versuchen Sie anhand der Inhaltsangabe mit den Rechercheinstrumenten, die Sie schon kennen, etwas über das Spektrum der enthaltenen Texte herauszufinden? Warum könnte das eine Handschrift gewesen sein, die man in Sachsen brauchen konnte? Zu entdecken gäbe es dort noch sehr viel mehr. Eine Datenbank zur Buchillustration. Sehen Sie nach, wie es mit der karolingischen Illustrationskunst steht. Oder eine virtuelle Rekonstruktion der in alle Winde verstreuten Bibliothek des Klosters Lorsch, das zur Zeit Pippins gegründet wurde. Doch damit genug für heute. Das nächste Mal Orient und Oktzident. Karls diplomatischer Verkehr mit Harun al-Raschid. Eine Uhr und ein weißer Elefant. Bis dann. Auf Wiedersehen. Herr Schmidt.